hallo und herzlich willkommen liebe freunde und auch salvetes spectatorius zu einem weiteren teil von let's play europa universal ist viel mit mir dem genau auch bekannt als günter shadow wir sind zurück mit dem mächtigen persien und gerade auf dem weg zu vijana gara denn mit denen können wir jetzt wieder krieg führen und da bringen wir uns auch gerade schon in position wir haben halt hier die armenischen aufgestellt haben die ersten großen revolten hier auch niedergeschlagen und ja wir müssen mal gucken also es wäre glaube ich ganz gut orissa noch die ein oder andere provinz zurück zu geben also hier unten haben die ja noch kernprovinzen die wir ihnen geben können das halte ich für eine gute sache selber noch mal so ein bisschen die küste jetzt zu arrondieren ist glaube ich auch noch mal ganz gut und wir müssten auch mal schauen also vijana gara hatte 19 schiffe wahrscheinlich so hier sehen was auch eine drei schwere schiffe das heißt also wir sollten einen teil unserer flotte vielleicht noch mal hier runter schicken um hier einfach mal mit dieser flotte da fertig zu werden also dann können wir nämlich hier auch salon direkt noch mit einnehmen genau das war erst mal so mein vorhaben die diese drei küsten provinzen die werden wir die wenn wir nicht gut orissa selbst geben das tut ein bisschen weh weil ich gerne eigentlich die küste selbst hätte aber es sind halt die koas und alles andere hier oben was diese provinzen anbelangt das geben wir orissa auch wir bauen uns da jetzt einen großen war sein auf und ich halte das so für eine relativ ja schmeidige lösung damit wir selber nicht ganz so viele provinzen dann von vijana gara wieder mitnehmen frage ist jetzt halt auch wenn wir uns noch mal unsere diplomatischen beziehungen angucken wir werden ja zwei staats in weniger haben das heißt wir haben drei von sechs beziehungen noch grott ist unser wassal orissa momentan auch unser limit hier ist da sind wir momentan drüber das heißt wir werden jetzt so schnell wahrscheinlich erst mal kein wassal integrieren deswegen nehmen wir die integrationspolitik des emir standes wieder raus das bringt unseren absolutismus wert auch auf 99 wieder hoch das also für uns auch noch mal besser lohnt sich also mit diesem privileg hat so ein bisschen zu arbeiten aber reduzieren einmal hier die autonomie und wir können noch mal schauen wir haben gerade keine revolten wir unterdrücken können aber das kriegen wir schon noch hin ja so weit so gut rekruten reserven sind wir relativ gut dabei und unsere wassalen vielleicht erstellen wir hier noch einen zweiten lassen wir kurz gucken was können wir hier machen madurai madurai geht schlecht weil dann kriegen die wieder küssen provinzen aber noch einen anderen mysor könnte ganz gut klappen lassen wir hier noch mysor frei und geben denen hier noch provinzen oder so das könnte man auch machen ja das also das ist halt so eine überlegung hier können wir überlegen hedgers können wir nicht freilassen weil ich gerne mecker behalten würde aber vielleicht gibt es hier unten irgendwie ja vielleicht können wir hier unten dann aden freilassen und aden dann hier noch mal hoch füttern ist eigentlich auch die bessere variante sieht für mich soweit erstmal ganz okay aus ja ja wollen was probieren ja wir probieren es ne okay wir nehmen hier wieder wir brauchen die ansprüche selber nicht aber wir nehmen den überlegenheit kriegsgrund okay aber rufen wir nicht als vollen kriegspartner mit rein und dann gehst du hier hin und du gehst sofort hier hin genau und du kannst hier runter jetzt haben wir noch armeen die gerade am trainieren waren die können wir weiter trainieren lassen wobei naja sie sind fast voll ne okay wir haben auch momentan ja gar nicht mehr so viele truppen ne also da müssen wir auch noch ein bisschen was machen die flotte hier da können wir mal einen admiral reinpacken und dann schicken wir die einmal schnell hier rüber ja und alles andere machen wir dann schnell so unser religionszentrum konvertiert was hast du konvertiert hier agrar wenn hast du denn jetzt konvertiert kalyana kalyana war aber vorher noch nicht im handelshaus zugewiesen naja ok gut komisch und hier aleppo habe ich das jetzt irgendwo korrekt gesehen ok gut vielleicht war das auch nur eine ältere nachricht administrationstechnologie wird günstiger unser diplomat ist wieder da spandien hat malaka den krieg erklärt ja die sichern sich jetzt hier auch ihr ein stück vom kuchen ungarn erhebt ansprüche ok auch leute auch leute immer auf so genau so welche provinz war es jetzt ja die restlichen orthodoxen provinzen wollen wir noch machen ich hätte ja auch gesagt lass das mal eine religion sortieren das ist noch mal gut gewährt aber deutlich höhere verluste als wir jetzt auch mal hier runter wir schauen mal ob seine flotte hier überhaupt irgendwas machen kann ja gut alles easy da nehmen wir jetzt die provinz ein und dann kommen wir da sowieso einfach rüber und dann direkt hier hoch mal dann gehst du hier hin dann hier hin ist jetzt natürlich ein bisschen schade weil er jetzt die ganzen äh nationalisten revolten platt macht wir hätten natürlich gerne dass sich da die ein oder andere fraktion noch unabhängig macht aber wir müssen da gar nicht mehr so krass taktisch spielen so was haben wir jetzt hier haben wir die mission abgeschlossen sauber meh tradition neues im ihre standes privileg verteidigung schwerpunkt unterhaltsfestung minus 33 prozent größe garnison minus plus 25 realitätsgleichgewicht plus 10 einfluss plus 10 kiesel basch standes privileg verteidigung schwerpunkt und gil mahnen standes privileg verteidigung schwerpunkt nehmen wir mal mit dann zeigt mir das noch mal wo ist da befestigung erweitern ist es nicht oder da verteidigung schwerpunkt hat auch keinen einfluss auf die hat auch keinen einfluss auf den absolutismus wert das finde ich sehr cool tupchi artillerie das ist auch ein krasser schwerpunkt auf jeden fall wie sieht das bei den kiesel basch hier aus das könnte ich denen geben ich muss denen ja sowieso noch privilegien geben wir geben das mal den kiesel basch weil es keinen absolutismus wert kostet das mit dem einfluss wert ist natürlich doof aber hey wir nehmen den merkantilismus wird wir sind glaube ich an dem punkt angekommen wo uns gute nachbarschaftliche beziehungen nicht mehr ganz so jucken müssen stopp ja ich glaube der krieg hier der dauert nicht so lange und der wird nicht so wild titel verkaufe ich nicht versammlung einberufen braucht man nicht diplomatische kostenlose richtlinie ja das kommt dann halt erst hier das kommt dann später wollen wir die hage ja so 4 oder die sultan ahmed moschee verbessern moment missionart toleranz oder glaubens steuereinnahmen toleranz heretiker pietät loyalitäts gleichgewicht erhält 5 loyalität ja das ist glaube ich egal was haben wir noch so für die dinge hier touch mahal prestigierter pietät zuwachs okay kosten schabby frieden zwangskonvertierung aber auch noch machen ne stopp war das hier nicht das einheiten limit flotte plus 20 unterhalt flotte minus 15 flotten tradition jährlich kommt noch mal ja mach mal kommen da das ist okay okay oh wow unser herrscher ist abgenippelt naja gut ne die also der ist ah ok gut ja gut gut ja das passt ne ähm baukosten plus 10% naja warten wir noch ein bisschen aber der kommt ja dann auch bald an die macht das doch okay so guck mal du kannst da angreifen okay das hat mich schon zu ungünstigeren zeitpunkten getroffen ne aber 34 regimenter alter was geht aber wo ist denn deine hauptstadt da und tschüss ich werde diese armee verschwinden lassen halt stopp falschrum da muss ja noch die festung einnehmen so dann sind wir auch gleich schon hier mit dem krieg fertig homus heirate ich jetzt mal noch nicht weil die sind ja als vasallen für uns so oder so kostenlos und die staats eben die bringen mir ja nix ne und klatsch den mal weg da ist wieder hier hinten ne ja 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 da sind wir sowieso bald durch stopp mal was wie lange 50 achso wegen moment äh sind ne pass missionars stärke in der rieger in der rieger dauert ganz schön lang brauchen wir vielleicht doch noch einen doch noch jemanden der eine höhere missionars stärke hier mitbringt ne okay wir können die stabilität noch erhöhen das würde das auf jeden fall noch beeinflussen ne trefft euch mal alle hier wir brauchen neue generäle nicht wirklich gut aber okay warum wollen wir hier diplomatie macht verlieren i don't know das hat gut geklappt ja der moral tick der hat da nicht viel ausgemacht schön okay dann kannst du hier hin du gehst mal hier runter kannst du da schon mal ein bisschen trainieren ja dann komm ich nehm die ich hätte gerne schon die loyalität der ich hätte gerne schon die loyalität der kauf leute ja wenn du warum kann ich das nicht konvertieren das wird konvertiert guck mal die haben schon komplett kapituliert okay aber warum geht das nicht wurde bereits von einem nahegelegen religionszentrum konvertiert was weil die da dran sind na okay ja okay dann haben wir ja 100 prozent kriegsstand so wenn ich das orissa gebe kostet mich das auch keine diplom macht okay das ist in ordnung das nehmen wir somit ja vielleicht vielleicht müssen wir dann hier noch gar nicht jemanden freilassen oder wir nehmen hier die grenze nehmen wir mit dann sind wir bei 99 prozent naja ja okay das wird doch passen oder so jetzt darfst du mir ganz kurz dass wir gerade land beschlagnahmen so den gehen wir mal gerade ein paar provinzen da ja 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 welch viel denn es muss ich eingeben die hier gebe ich ihr noch diese gebe ich dir auch noch also ich kann oder ich sollte Orissa halt natürlich, klar, wir brauchen irgendwo eine Grenze zu den Bengalen, damit wir da noch den religiösen Krieg, Kriegsgrund nehmen können, ne, ist glaube ich irgendwie klar ähm, jetzt gehen wir nochmal ganz kurz hier durch und weil das ist hier Gazipur, ja das ist aber okay das ist auch okay, das ist auch okay ja die können wir alle koren da bin ich auf jeden Fall mit einverstanden wir können noch Handelszentren aufwerten schön ach ist es nicht schön so dann haben wir da auch für die Zukunft wieder mehr zu tun ja und Bengalen werden wir auch an Orissa verfüttern, ne wir können auch Ostbera, können wir äh, können wir Orissa ja auch geben, ne und dann darauf äh, hinwirken dass sie noch hier die beiden Provinzen bekommen, ne also das ist nicht so wild hier unten können wir noch einen anderen Vasallen entlassen jetzt müssen wir gerade gucken wie lange geht der Waffenstillstand hier noch 76 noch 5 Jahre wo schaffen wir uns denn den nächsten den nächsten Vasallen Kasachstan wäre jetzt eher suboptimal, ne sollen wir hier oben irgendwas versuchen also wollen wir irgendwas von dieser Steppe da halt als Vasall haben eher noch gegen die Mamas, ne es dauert noch 2 Jahre das ist nicht mehr so lange wäre glaube ich in Ordnung die Rebellen unterdrücken wir einmal erhöht ja unseren Absolutismuswert nochmal 1684 1608 wir können hier noch mal schauen ob wir hier Handelseinflüsse erhöhen wollen Persisches Dekan Handel das brauchen wir hier nicht da auch nicht bei Kiew geht hier leider viel raus da haben wir es schon da brauchen wir das auch nicht erhöhen hier vielleicht noch Kaspisches Meer, ne Astrakhan da können wir sagen da erhöhen wir den Handelseinfluss nochmal ja hier auch Samarkant ist wiederum eher unerheblich hier ist es auch nicht so wichtig das ist auch okay so wir können uns noch die anderen Handelshäuser mal kurz angucken Persisch Ostindien hier drüben das brauchen wir nicht ja das ist halt auch noch so eine Sache in der Ostsee machen wir auch zu wenig ne ja okay aber der nächste Krieg in zwei Jahren der sollte gegen die Mamas wieder stattfinden und da würde ich auch sagen ich schmeiße mal raus das ist eine Frechheit da würde ich auch mal sagen da nehmen wir direkt wieder hier unsere nehmen wir direkt mal unsere Barbos mit ja der da steht ganz okay du kannst auch schon mal runterkommen hier würde ich sagen ja okay let's go die Flotte haben wir jetzt gar nicht gebraucht weil wir Cylon einfach so bekommen haben ja auch deshalb können wir heiraten die Regentschaft brauchen wir hier nicht zu verlängern das können wir also wegklicken wir haben hier nicht so viel Handelseinfluss kannst du mal gucken was wir hier abschöpfen können wir sparen mal wieder ein bisschen Geld und dann können wir denke ich nochmal können nochmal bei Zeiten Schweden angreifen und Novgorod nochmal ein bisschen füttern äh warte mal kurz im Januar ja okay gut ja okay kommen wir in die Mystic natürlich natürlich da brauchen wir jetzt nicht mitwirken ja Handelseffizienz nehmen wir auch mit klar gerne also ich würde schon sagen das ziehen wir jetzt einmal komplett durch weil wir sind ja auch hier immerhin schon bei vier Diplopunkten monatlich passt das ganz gut okay wer ist gestorben machen neun rein gut okay wir helfen mal zuerst in Orissa so wann geht es hier los Oktober 73 ok fantastisch als Twergelosse so ok ja wir warten noch bis zum Januar Ok noch nicht ganz bis zum Januar bis zum Regierungsantritt so da sind wir Neutronfolger 232 meinst du nicht ernst oder produzierte Güte Inland plus 10% krasser Typ lasst uns für seine arme Seele beten so wir bekommen zusätzliche Seeleute wir bekommen hierdurch punkte zurück und wir holen uns so ein paar Zwangsrekrutierungsämter noch mit religiöse Einheit erzwingen 15 punkte richtung mystik missionar stecker retiker plus zwei sofort ja die 5% steuer 10% steuernahmen die sind nicht so wild wir nehmen lieber die wir nehmen die missionar stärke dann geht es noch schneller persian erhält einflussreiche kaufmannsfamilien novgorod ja dann nehme ich mir lieber den Typen denn wenn der andere drauf geht dann kriegen wir nochmal einen günstigen berater halt stopp wo sind sie und 99% absolutismus ok jetzt muss mir nur einer sagen das verteidigungsmonopol oder dieses verteidigungsmonopol ja das geht nur bei den Kisselbeisch ok gut alles klar ja ja ok gut 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 ja das hier das stimmt irgendwie nicht so ganz habe ich den Eindruck wir brauchen jetzt nochmal ein paar schwere Schiffe irgendwie mal so ein paar also wir bauen uns erstmal ein Flaggschiff würde ich sagen das bauen wir hier in Konstantinopel die Inda Wohumana Yamchit Arsakes das finde ich gut ja das klingt das klingt auf jeden Fall sehr schön nach Parthen ne so was nehmen wir Rumpfumhüllung ist immer gut Geschwindigkeit der Flotte ist immer super Moral plus 5 ist gut Kanonenarsenal ist glaube ich noch cooler ok baut das Schiff so und jetzt bauen wir noch ein paar Galleonen und zwar hier hier dann hätten wir im Bau haben wir 7 3 haben wir schon dann haben wir 10 das ist nicht viel dann haben wir 11 12 12 13 14 15 16 17 18 19 20 cool so und dann müssen wir noch irgendwie dann müssen wir noch 29 Merchantman bauen bei den Merchantman ist nicht ganz so wichtig aber wir wollen zumindest immer eine volle Armeestärke mit den Merchantman mit den Merchantman wollen wir zumindest immer rumschicken können ne so dann haben wir genau 40 ne das passt ja dann auch auf ein 40er stack wasangali wasangali persien what was ist egal was ist egal komm hier hier österreich ist keine großmacht mehr okay handelsmacht kaufleute stand erhält einfluss derzeit 0 okay sauber oh unser händler ist drauf gegangen seht ihr das war's doch ne wo ist er der typ mit dem handelsbonus das ist der ne das ist übrigens direkt mal auf die stufe 3 aufwerten nennen wir den stabilitätsbonus mit okay riga ist die letzte provinz die wir da noch haben okay warum kann ich das nicht konvertieren ah weil das noch keine kerne sind okay siehst du bei mir geht das schneller aber ich habe auch so einen hohen absolutismuswert hihihihi okay so 361 ist das handelseinkommen momentan 174 mhm ja wir brauchen noch mehr größere und mächtigere Vasallen ne Magnatenrebellen ok Oktober bis Oktober noch ok so wir haben jetzt keine orthodoxen Provinzen mehr das ist sehr gut dann kannst du nämlich hier schon mal einfach alle Provinzen dem Handelshaus hinzufügen ja hier dauert es noch ein bisschen oder ja das sind nur die hier an der Küste die wir gerade konvertieren ne mhm ok illoyale Stände interessieren niemanden ja das dauert hier alles noch sparen wir mal ein bisschen Geld verbessern wir nochmal ein paar Wunder oder werten wir nochmal die Handelszentren auf welche Handelszentren haben wir denn hier noch auf zwei kann man die ja sowieso irgendwie immer aufwerten ne ok ok gib mir noch zwei Monate Zeit so dann kannst du mal mit dem Training hier aufhören cool cool jetzt wollte ich mich schon selber angreifen überlegen überlegen klar du darfst wieder mitmachen ok ok ja das sind beides leicht flotten ne leicht schiff flotten ok gut so dann wisst ihr jetzt schon mal bescheid was hier alles passieren wird in kürze und dann sehen wir uns bald wieder im nächsten Teil gibt es nochmal kazala mit den Mameluken ok ok das doof ist das ist halt ja das kostet halt absolutismus da hab ich halt keine Lust drauf ne naja wir schauen mal bis dahin hat's gut Pax Wubiskum und Valete